Oh, aua! Aber die! Verdammt! BD? Okay, solange die da sind, machst du nichts, ne? Dann hast du zu viel Angst. Locken wir sie ein bisschen weg. Au! Ah! So. Ah! Mist! Mist! Ich kann nicht... Okay, warte mal. Ich probiere mal was. Das war falsch. Ah. Ja, warte. Was ist es halt, ne? Abkürzung freigeschalten. Nice. Okay. Ähm. Warte mal. Vielleicht funktioniert ja das. Ne, läuft nicht an der Wand. Ich will da immer noch... Ah ne, das ist dumm. Das war dumm. Schaffe ich das? Ich glaube nicht. Ich sehe aber auch keine Wände zum Rennen oder so. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ne. Okay. Dann gehen wir weiter, egal. Ab. Und zack. Sehr schön. Das ist er. Ich sehe sein Licht. Ich komme immer näher. Was ist jetzt? Ich komme von da. Warte mal. Okay. Guck, was es hier im Wasser gibt. Speedy. Speedy. Was hast du denn? Okay. Das war das andere. Kalte, nass. Ah. Hoffentlich gibt es hier keine Wassermonster. Ich glaube nicht. Hierdurch, das spüre ich, wir sind fast draußen, ich verspreche es. Okay, hierdurch, eng und kalt. Oh nein, okay, oh oh, das Wasser ist eiskalt, ich erfriere, scheiße, ich muss nach oben. Oh nein, ich bin dran. Was ist das? Was ist das? Oh... Okay... Da ist der Kristall... Schon weiter, du schaffst es. Was? Was ist so ein Mist? Nein, nein, nein... Das ist ein Loch. Wieso? Wieso ist er zerbrochen? Es ist vorbei. Wir sind gescheitert. Scheitern ist nicht das Ende, mein Freund. Es ist gut. Es ist gut. Komm her. Es ist soweit. Wir sehen uns vielleicht zum letzten Mal. Ich spüre den Untergang des Ordens der Jedi nahen. Nein. Scheitern ist nicht das Ende. Es ist ein notwendiger Teil des Weges. Hoffnung überlebt immer in denen, die bereit sind weiter zu kämpfen. Wie du, BD1. Du wirst jemanden finden, der ebenso mutig ist und hartnäckig wie du selbst. Und du wirst ihm helfen. Genauso wie mir. Aber dein Speicher wird komplett gelöscht sein. Bist du sicher, dass du das willst? Leite komplette Speicherverschlüsselung ein. Nur durch eine Vertrauensverbindung wird dein Speicher wieder hergestellt. Ich glaube an dich. Das habe ich immer. Und ich glaube an den, den du auswählst, mich zu ersetzen. Leib wohl. Alter Freund. Juhu. 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 Genau. Nicht aufgeben. Okay, was? Lilla? Rot? Oh, wir können jetzt hier eine Farbe wählen. Welche Farbe wähle ich jetzt? Gelb? Nein, Rot ist böse. Rot sind die Sith. Naja, das ist eher pink wie rot. Das ist sicher. Das ist nicht rot, das ist pink. Es gibt kein Rot. Es gibt kein Rot. Naja, das wäre ja Schwachsinn. Ich nehme gelb, glaube ich. Nee, Lilla ist gay. Grün passt. Ja, grün hatte ich doch schon die ganze Zeit. Das ist doch Quatsch. Grün und Blau habe ich ja. Jetzt sollte ich schon eine Farbe nehmen, die ich noch nicht hatte. Pink. Mann, nee Leute. Also pink will ich kein... Ich will kein pink Geschwärter. Können implication gehen. Ich will nicht hin. succeed. Wenn du nicht keiner Sachen gehen, veux sie dir aufzbauen, dann sag ich doch zum Beispiel Ich mache nichts dagegen. popped 마ish his head. Dann sag du einfach... Was gibbet? coupın themes grande? hurtful symptoms? H выбersam irgendwie was das wäre. Der Primeil des Braros seinen scheinen... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und und hat's geklappt hat es doppelschwert wie geil ist das denn bitte ja nice geteiltes schwert ja wie geil ist das denn nice aber man kann nur so einen schlag machen nicht die ganze zeit geteilt umballern schade okay lichtschwert anpassen wir gucken mal ganz kurz äh farbe oh jetzt können wir alle farben wählen äh blau grün violett gelb kian magenta und indigo cool ja okay ich finde die sender sind echt geil neue schalter oh sieht auch nice aus ne finde ich auch richtig nice neuer hülsen würde das hier jetzt aber passen weil der jetzt so aussieht neuer sender hä jetzt kann ich nur noch einen sender wechseln moment mal welchen hab ich denn neu also den hab ich jetzt grad dran ist auch nicht schlecht neues material so rosarium rot boah das sieht auch böse aus aber eher das blau ne das passt jetzt eher nice tja tja okay okay dann speichern wir sehr schön arbeiten wir uns hier mal durch zurück zum schiff wir werden problemlos gewinnen oh 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 verdammt der penner so oh oh god da kommen ja neue okay wo kommt ihr denn her mann wir werden dich auflösen greift ihn schnell an bitte okay er kann nicht hören ja na oh god da kommt noch mehr alter wie viele kommen denn da okay ja ja mann geil ja mach ich denn nicht zack 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 boah wie viele ich kann nicht mehr kämpfen okay aua tschüss aha zeig euch mal ein trick bam zack kam her mit der alter stärke zurückgekommen yeah bam alter nice uh wie viel ich ausradiert hab so kannst du ruhig weitergehen hop ich wollte eigentlich dass du das machst aber egal okay dein ernst okay jetzt kommt noch zwei von denen ja ja und klug okay oh god oh ich seh gar nicht mehr welche meine sind und welche ach egal na aua alter wie's abgeht voll die Fetscherei hier ihre Überlebenswahrscheinlichkeit ist gering sehr gelöst ach scheiße aua na komm schon Mistkel welcher ist meiner gar keiner mehr ne uh das ist böse uh zwei Teile oh scheiße aua er kotzt mich echt an ihrem okay oh 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 hoppa so jetzt habt ihr es zum letzten Mal gesagt ihr Penner so mal platt ist ausgefallen jawoll okay wir waren schon etwas härter sie nehmen sie nehmen elum ein alles in ordnung nein ich wurde entdeckt und das ist nicht alles sie bauen kalberkristalle ab kämpfen bereit machen zum start wo ist er hin hast du was kumpel ja man kann die kristalle kaum ansehen nachdem was wir durchgemacht haben okay ja 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 ja